Moin moin, jetzt wurde von mir heute einmal zu etwas ganz anderes, was wir so noch nie hatten. Es ist einfach nur in Anführungsstrichen eine simple Karte, kommt natürlich mit einem ordentlichen Preis daher und dementsprechend muss sie natürlich auch ein bisschen was können. Erstmal hat sie natürlich passend den Umschlag, der interessiert uns nicht, sondern die Karte selbst. Wir wollten es auch ganz kurz halten. Erstmal haben wir vorne einfach hier so einen ganz schicken V mit so Glitzeroptik und sobald wir das Ganze aufklappen, haben wir hier so eine schöne Faltkarte, die ich finde ich sehr ansprechend finde. Das ist auch ein V und der stellt sich so auf. Wir haben also hier diesen Kamm von dem V, hier vorne den Vogel, haben wir hier unten noch so schön gearbeitete Federn und können dann dementsprechend unsere Karte solide verpacken, weil wir hier natürlich nicht so viel Platz zum Schreiben haben. Es ist hier so ein kleines Fach und in diesem Fach ist dann eben noch mal sowas, wo wir dann unseren eigenen Text drauf schreiben können und das können wir dann hier wieder sicher und gut verstauen. Dadurch hat man natürlich einen sehr schönen Hingucker. Das ist natürlich etwas, was vom Preis her natürlich auch ein bisschen krasser reinhaut und dementsprechend vielleicht für einen ganz bestimmten Moment, also nicht einfach mal so zwischendurch eher genutzt werden sollte, aber auf jeden Fall ein sehr schönes Exemplar einer Zeitkarte.